Heute darf ich entscheiden, ob ich zu Hause bleiben möchte oder zu Rex gehe. Und ich gehe natürlich zu Rex. Da gibt es immer Leckerlis. Da bin ich auch schon. Hallo, lasst ihr mich bitte rein? Es ist kalt und außerdem habe ich so einen großen Hunger. Mh, schnüff, schnüff, hier riecht es aber gut. In welchem Behandlungsraum gehe ich denn heute? Mh, in Behandlungsraum 3 war ich letztes Mal schon. Dann möchte ich heute bitte in Raum Nummer 2. Und da bin ich auch schon. Wackel, wackel, wackel. Seht ihr meinen Hüftschwung, Ladies? So macht man das. Noch mal kurz checken. Ja, Behandlungsraum 2, richtig. Und dann möchte ich bitte eine Allgemeinuntersuchung, damit ich weiß, dass bei mir auch alles tippitoppi ist. So, mh. Oh, ich klicke hier ja schon lecker in die Snack. Das fängt einmal aber gut an. Hier komme ich doch gerne hin. Oh, seht ihr meinen Spuckefaden? Ja, so lecker ist das. Oh, und noch mehr Leckerlis. Ja, na, das sage ich ja wohl nicht. Nein, her damit. Oh, mampf, 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 mampf. Ja, das schmeckt dem Piro gut. Und bis zum nächsten Mal.